Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Freitag, heute ist der 17.12.2021, es ist 10.22 Uhr. Ich habe ausgeschlafen so bis um neun, dann ging es geklopft und gesege los, aber ich dachte mir so, ach um neun können die Handwerker ruhig schon mal anfangen, besser als um sechs. Ja, wir gucken mal wie weit mein OBS in Verbindung mit der Facecam von Elgato heute klarkommt. Ich habe gestern einen Stream gemacht und da fror die immer wieder ein und ich habe keine Lösung gefunden. Wir haben nach einem Update das Problem gehabt. Also kurz vor dem Stream habe ich nochmal die Software geupdatet, wurde mir vorgeschlagen. Hier Stream Deck hat ein Update, Facecam auch, mach mal. Und dann ist die im 5-Sekunden-Takt immer wieder eingefroren. Ja, und nun schauen wir mal. Bei der Aufnahme scheint es zumindest zu funktionieren. Der Ton ist auch wieder einigermaßen okay, den muss ich auch nochmal umstellen oder einstellen, wieder zuweisen. Und ich bin ein bisschen stolz auf mich, denn ich habe dann nochmal geguckt bei Elgato und es hieß, genau für mein Mainboard, was ich habe, Aorus Gigabyte, was weiß ich, X570 von AMD, macht Probleme mit dieser Facecam. Es gibt noch ein zweites Mainboard, wo es auch Schwierigkeiten gibt. Dann dachte ich mir so, guckst du mal, was steht denn da? Aha, mit der letzten Version von BIOS funktioniert das wieder besser. Okay, wie aktualisiere ich denn in BIOS? Keine Ahnung. Ja, und ja, ich habe es hingekriegt. Hier ist ein USB-Stick, da ist die aktuelle BIOS-Version drauf. Ich habe im Internet dann geguckt, YouTube-Videos geschaut, wie man BIOS aktualisiert und habe das geschafft. Und jetzt habe ich nicht mehr die Version von September 2020, sondern von Oktober 2021, also die neueste BIOS-Version für mein Mainboard. Und wir gucken mal. Heute wird es keinen Stream geben oder mache ich einen spontanen Test-Stream, um das auszuprobieren. Ich weiß es noch nicht, mal gucken. Aber spätestens morgen werden wir ja sehen, ob es gefruchtet hat, ob es irgendwie funktioniert hat. Die USB-Performance und Problematiken sollten eigentlich schon mit einer Version, weiß nicht, wie wir sind es bei 36, ich glaube bei der 32 oder 33 wurde das schon rausgenommen. Ich war auf Version 30, jetzt ist es 36. Ja, gucken wir mal. Also wie gesagt, bin ich ein bisschen stolz ins BIOS rein und dann ein USB-Stick auf FAT32 formatiert, da alle Daten rein. Dann im BIOS geguckt, wo ich denn das aktualisiere und dann habe ich auch die Datei gesehen und war so ein bisschen glücklich, hat ein bisschen gedauert. Ich glaube so drei, vier Minuten. Und der Rechner startete dann auch ganz normal. Das war so meine größte Sorge. Ich mache jetzt irgendwie das BIOS kaputt und dann funktioniert mein kompletter Computer nicht mehr. Aber es ist nicht so gekommen. Es hat funktioniert. So, Adventskalender, weiße Schokolade war drin heute. Sieht ein bisschen leerer aus, weil ich die Kekse für den Weihnachtsbaum mal zur Seite gelegt habe. Und es gibt natürlich wieder Tee. Weihnachten steht vor der Tür. 17.12. 17. ist Türchen. Und es ist nur noch eine Woche. Nächsten Freitag ist schon Weihnachten. Ja, eine Woche noch. Was steht denn hier? Chocolate doesn't ask silly questions. Chocolate understands. Okay, irgendwas mit Schokolade? English Tea Shop. White Tea, Coconut and Passion Fruit. Okay, den mache ich mir gleich zum Frühstück. Ich habe zwar noch welche von gestern, aber... Tee. Tee ist so meine Welt. Ich wies auch nicht, warum, aber... Ja, ansonsten, was gibt es noch zu erzählen? Es ist der zweite Tag meines Urlaubs dieses Jahr. Ich bin entspannt. Und... Vielleicht ein bisschen duselig und müde, weil ich gestern auch erst um halb eins, glaube ich, ins Bett bin. Ich habe gestern noch Legend of the Five, vor allen Dingen, Legend of the Ten Rings zu Ende geguckt. Diesen Marvel-Film mit diesem Metallring und irgendwelchen Drachen und... Ach, hör auf. War okay. War ein bisschen zu Comedy-mäßig, aber war okay. Und dann bin ich irgendwann um halb eins ins Bett. Oder habe halb eins geschlafen. Ja. Heute gehe ich mit Jermaine ins Kino. Äh, wir gucken uns heute den neuen Spider-Man an, um 15.30 Uhr. Äh, da er ja letzten Samstag etwas aus den Wolken gefallen ist. Wir waren ja zum Dune-Film, äh, verabredet Dune gucken, 16.50. Und ich schreibe ihm am Vormittag noch, äh, weiß ich nicht, äh, drei Stunden noch oder so. Oder am Mittag war das dann schon. Und er hat das nicht so ganz gerallt. Was will er davon von mir? Und dann habe ich geschrieben, ich gehe jetzt los. Und irgendwann sieht er das und denkt so, wo geht denn der hin? Ach, du Scheiße, wir sind zum Kino verabredet. Naja, er hat es ganz knapp geschafft. Ich glaube, fünf Minuten vom Film hat er verpasst. Aber damit das heute nicht wieder passiert, und das wird auch nicht passieren, weiß Spider-Man, wie soll man denn so einen Film aus seinem Kopf verbannen, das geht gar nicht. Äh, äh, werden wir uns heute anschauen. Äh, äh, und ich habe ihm aber schon gestern eine Erinnerung geschickt und heute auch. Fünf Stunden noch habe ich geschrieben. Mal gucken, ob und was da zurückkommt. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Ähm, der Sühne will am Wochenende mal vorbeikommen, seine Plätzchen abholen und seine Magneten, Magneten und so weiter. Guter Hinweis, ich muss die Sachen heute in Polsterumschläge packen, damit ich die nachher vorm Kino, äh, bei einer Post abgeben kann. Ja, da geht ja was an Oskar aus der Tonne und an Silenks zumindestens. Ja. Ja, und dann mal schauen, was The Day noch mit sich bringt, ne? Wir kicken einfach mal. Ich wünsche euch auf jeden Fall, früher oder später, wird das ja passieren, einen guten Start ins Wochenende. Es ist ja Freitag. Äh, ich mache mir jetzt einen spannenden Vormittag-Mittag, bis ich dann nachher, äh, loswackele zum Kino. Wir sehen uns, äh, morgen, würde ich sagen. Morgen beim nächsten täglichen Vlog und dann morgen beim Stream. Morgen 14 bis 18 Uhr, äh, Spider-Man Miles Morales, glaube ich, habe ich aufgeschrieben. Da wird dann der Leon um die Ecke kommen und sagen, spiel doch mal was Neues. Wieso spielst du denn jetzt schon wieder ein Spiel, was du schon mal gespielt hast? Na, wegen New Game Plus? Deswegen, ja, hm, mal gucken. Das wird lustig. Ich mache auch gleich schon mal die Playstation an und installiere schon mal das Spiel. Also, ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Äh, lasst euch nicht ärgern. Kommt gut durch das Wochenende. Und habt einen schönen vierten Advent. Aber vorher hören wir uns ja, wenn ihr mögt, noch eins, zweimal. Also, ich bin raus für heute. Tschüssi.